Schönen guten Abend, euch und Ihnen all. Schön, dass ihr alle wieder da seid, dass ihr zum ersten Mal bei uns seid. Es ist immer wieder ganz toll für uns, nach Altenholz zu kommen und so viele Menschen zu sehen, die freiwillig zu uns kommen, um uns Theaterspielen zu sehen. Das ehrt uns. So eine Scheiße! Sag mal, was soll ich denn wohl mal sagen? Das ist das dritte Mal, dass ich in dieser Uniform, schick nicht, in dieser Uniform hier raus musste, zu Bräuschen. Oha, da kommt ja etwas. Ich weiß, dass ich nicht Nebel sagen darf, um Oma oder Lafayette. Nebel! Der Nebel! Ostsee im Wintersemester ist übrigens kein Zuckerschlecken. Bestimmt kalt. Kalt ist gar kein Ausdruck. Dann lieber eine Februar-Ganztagsprobe im Probenraum einer Alderbiene Flintweg. Oh, haben die immer noch keine Heizung? Oh, Herr Blossau, dass du eine ganze Woche lang die Ausscheidung einer Kanada-Gans fängst und uns zuschickst. Ich weiß, wie das jetzt klingt. Ihr wollt, dass ich irgendwie eine Woche lang, eine Kanada-Gans, also ich meine, eine von Hunderten auf dieser Halle, also eine Kanada-Gans beobachte und dann ihre Ausscheidung, ihren Schieb auffange und in eine Tüte packe und euch zuschicke? Das hast du ganz gut zusammengefasst. Der Meer, wo ist die Strand? Boah! Ich glaub, das ist der breitesteste Strand, den ich jemals gesehen hab. Nun, der Meer ist weg. Du hast da jetzt einen Satz gesagt. Da waren drei Wörter drin, von denen ich lange nichts mehr gehört habe oder eher gesagt noch nie was gehört hab. Ach, das sind also ihre Schüler. Ja, genau, das ist die Öko-AG des Lukas-Kodolski-Gymnasiums. Mal...Tig. Genau. Wo kommst du weg? Großstadt. Welche Großstadt? Aus Großstadt eben. Großstadt ist eine Kleinstadt in der Nähe von Dorfflecken. Der nächstgrößere Ort heißt Weiler. Genau, du wolltest dich abschecken lassen, das hast du zu Hause noch gesagt. Knallen lassen. Ja. Hab ich da mal ein Stichwort gehört? Jetzt lass mich runter. Ich will mir anwaltrechnen, so kann man mit mir nicht umgehen. Weißt du, wen du vorhörst? Ich freck dir selbst die Knochen, wenn ich erst mal... Aua. Aua. Müller! Seht ihr den armen... Müller! Ein Klack, ey. Ran hier. So, da rein. So, ist das eben mit besten Girl-Partys. Die haben vieles gemeinsam. Genau, zum Beispiel, zum Beispiel Recht. Ja. Und... 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 Können wir das Kahn? Ja. Ja. Den hatten wir auch gemeinsam. Also nicht gemeinsam, so nacheinander, hintereinander. Zumindest größtenteils nacheinander. Hä? Wenn dir langweilig ist, kannst du auch mit mir mitkommen, Brittany. Was hast du denn vor, Klaas? Oh, äh, ich möchte mich nur um die Tiere kümmern. Welche Tiere denn? Na, ich möchte schauen, wie es den kleinen Ländchen in den Salzwiesen geht. Und auch schauen, ob schon die ersten Robbenbabys geschlüpft sind. Oh! Robbenbabys! Oh, wie süß! Und wenn du mitkommst... Ja? Na ja, ich hab da noch einen ziemlich großen Wattwurm. Den wollte ich mal wieder rauslassen. Ah! Ah! Alter, ich schwör's euch, dieser Weizraschen-Verschluss-Aufmacher ist voll spitz! Ich bin auch ganz schön... Ah, nee, das passt ja ziemlich schraub. Huh! Ich, Tarzan! Du, Cheetah! Oh! Jane! Hä? Was? Nicht Cheetah. Jane! Oh, Cheetah, war doch der Indianer bei Kalmar. Da steht Rumhold drauf. Rumhold? Rumhold? Da steht doch auch noch auf dem Schild, an dem ich abgelogen bin. Oh, kannst du uns zu dem Weg, weil wir hinführen? Je besser. Falke, 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 Falke. Ich hab ihn direkt mitgebracht!